In Rudis Beisel genießt die Kundschaft ein richtiges Wiener Beuschel. Vor allem, weil er es nach Rudis Geheimrezept angefertigt hat, gilt es unter den Insidern als Geheimtipp. Das ist auch ein Grund, warum er herkommt zum Rudi wegen einem Beuschel. Das beste Beuschel in Wien. Wunderbar. Ich mache das sehr, sehr gut. Wunderbar und herrlich. Was ich nicht mag beim Beuschel, wenn man da so viel Grünzeug drin hat. Also Karotten und Gurken und sowas. Er macht das echt original. So wie es gehört. Das gibt es. Du willst ja Karotten oder Gurken haben? Ja, die brauche ich nicht im Beuschel. Nein, ich will nicht. Sochen die, was nicht eine gehören, kommen nicht eine. Wir streiten miteinander, wir kämpfen miteinander. Und wir werden noch nie besser miteinander. Was hast du daheim? Entweder bist du allein, dann willst du sowieso nicht daheim. Oder du hast einen Käbel-Arsch daheim. Der warst da und sagt, wo warst du schon wieder hin und her. Also unterhalten kannst du auch nicht mit ihm. Aber da oder in der Theater, da oder in der Schmäh, da kannst du dich unterhalten. Und das ist das Schöne. Hast du einen Käbel-Arsch daheim? Ich hab einen Käbel-Arsch gehabt. Jetzt hab ich ihn nimmer mehr. Sie hat sich über 28 Jahre überlegt, dass wir nicht zusammenpassen. Ja, das gibt's. Die Meinungen sind verschieden. Ich war nicht der Meinung, sie war der Meinung. Und somit war die Sache besprochen. In der Imbissstube Zellenka versucht Walter noch immer die Chefin mit seinem geballten Charme, um den Finger zu weckeln. Danke. Danke. Wie läuft das schon wieder hin mit den Frauen? Läuft viel schnell mit den Frauen? Oder wie muss man die? Na ja, mein Gott, hat die grad vergessen. Ich kann's vergessen. Ich bleib ja lieber alleine. Die hat ja gar Geld, gell? Heim, ich brauch noch eine Alte, die so Geld hat. Die wirst du da nicht finden. Bei Jungen muss ich brennen. Ich hab mir nix in den Oberstübeln, oder? Walter, du bist momentan solo auf Bier. Wie, was? Bist solo? Ja, momentan ist meine Alte gestorben. Momentan so. Steht's morgen wieder auf. Jetzt hab ich wieder eine Vogelfreiheit. Momentan ist's gut. Von drei Monaten, ich weiß nicht, wie lange das ist. Er ist ein Trauer, der Witwer. Jetzt muss ich sechs Monate trauern. Und dann fangen wir wieder so ein Hosen ein mit Geld. Ich glaub, jetzt bleibe ich alleine. Wichsen ist auch nicht mehr das Schönste, oder? Aber er tut nicht so viel trauern, oder? Oh ja. Ja, eigentlich ist man alles der Psychologe. Die Gute soll was zuhören, die Gute soll was sich gefallen lassen. Ja, eigentlich, ja, man ist der Hausgeist von den Hausgeistern. Ja, da kommen oft Leute vorbei, die gehen hin und schimpfen rein, weil da oben ein Theater ist. Jetzt ist noch einmal ein Fett noch ein bisschen, beschweren sie sich. Ja, meine Kinder, die wollen schlafen. Aber die Kinder sind bis neun, zehn Jahre am Sputloch zuhören. Da riecht sich keiner ein. Na, na, na. Da macht er keine Waffe mit. Das ist leichter Schreckfistoren. Walter, wir müssen dann reden. Ja, ne, warte, um vier Uhr bin ich fett. Nein, ich muss zuerst auf die Post mein Geld holen. Eine Pension. Das ist toll, gell? Das kriegst du ja jetzt noch nicht. Wieso? Die hab ich mit. Ich freu's mir zu wenig, ich gebe es an. Etwas ruhiger geht es da schon im Café Western zu. So, machen wir eine Café Latte. Café verkehrt ist das eigentlich wienerisch, der Café Latte. Nur, es kennt keiner mehr den Ausdruck Café verkehrt. Weil durch Italien, durch die ganze Serie Kaffee, dass eben der Café Latte immer mehr im Vordergrund getreten ist. Der Café kommt eigentlich seit der Türkenbelagerung an. Seitdem haben wir den Café in Wien. Bei der letzten Türkenbelagerung, die wir gewohnt haben, haben die das alles da lassen. Den Café. Und seitdem haben wir ihn in Wien, sind irgendwie etabliert mit dem Café. Und seitdem ist es halt in Wien Tradition. Was nicht ganz richtig ist. Tatsächlich stammt eines der ersten Wiener Caféhäuser aus dem Jahr 1685 von einem Griechen namens Johannes Diodato. Das Getränk hat sich durchgesetzt und um 1900 gab es bereits 600 Caféhäuser in Wien. Darfst du noch was sein für die Herrschaften? Nicht gar nicht. Trüffeltorte noch, wenn sie haben. Trüffeltorte? Singere Turten auch. Mozart Turten. Nein, Trüffel haben wir da. Wir haben halt eine Trüffel, so willst du. Singern können wir selber gut. Wir versuchen ein neues Wienerwerk ins Leben zu rufen. Wir haben jetzt mit dem Komponisten, mit dem Barrettist zu tun und ich werde die Regisseurin. Bitteschön, eine Trüffelbauter. Guten Appetit. Hast du schon mal prominente Gäste gehabt? Ne, Treppke ist zum Beispiel ein sehr lieber Gast, der komplett am Boden geblieben ist. Die ist eine, ja, die akzeptiert, dass du bei Arbeit machst und lass dir die Arbeit machen, ohne irgendwelche Geschichten gehörst du. Ich bin das und ich will das und ich will das. Das macht die überhaupt nicht. Was ein bisschen schwieriger ist, war der Domingo. Während in Steffis Stüberl alle auf den Besuch der Igl-Familie warten, unterhält Lokal-Casanova Markus, der für Igl nichts übrig hat, die illustre Stammrunde. Nein, ich mein, ich hab vielleicht so ein, zwei Fragen gehabt. Boah, die haben halt von Oma-Otwas. Und deine Lückenfülle dazwischen, von den letzten, nicht? Ich bin der erste Sex hab ich gehabt mit 28 Jahren. Nein, ich hab halt so ein paar... Okay, ich hab ein paar mehr gehabt, aber so viel waren es auch nicht. Ich war zwar die Namen nimmer, weil manche wertlos waren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die von der Krone? Was du anrufst? Ich weiß nicht, dass du so viel warst, wenn man muss. Ja. Wie läuft der aus? Das wird sicher ausgeschehen nicht. In der Zwischenzeit ist auch schon Karls Lebensgefährtin zur Runde gestoßen. Das ist die Igl-Mutter. Setz dich bitte bitte mit Igl. Unser Koko. Da setz dich ja mit Igl. Das heißt, dass wir dir nicht gelingen. Das sind wir die Igl-Eltern. Unser Hund bringt Igl und wir ziehen sie auf. Wir lassen sie untersuchen, dass nichts passiert. Dass sie haben duscht und alles. Wie heißt der? Tschanko. Überm Tschanko darf ja der Größte ist. Ich weiß nicht, ich hol dir mal. Gibt's ja. Gibt's? Gibt's? Sie haben schon Zecken und Flöhe, aber sie werden zu Hause entflöht. Sie werden bei uns gebadet, entflöht. Das ist unser Schatzi. Schau. Die sticht nicht nichts. Die Ruhe will, die rennt mir nach. Das ist wie ein Haus. Wie die Frau wahrscheinlich, nicht? Ja, ungefähr. Aber das darfst du nicht reingehen. Du darfst nicht sagen, dass die Frau zunig ist. Sie sucht eine Mache. Nein. Gegen Mittag herrscht in Wien-Ottekring einstimmige Unstimmigkeit unter den Gästen. Robert, holt die Kloschnitzweiler. Einen Spritzen und ein Bier. Sind Männer anders als Frauen angesoffen oder wo ist der Unterschied? Männer wollen immer ficken und Frauen wollen immer diskutieren. Wenn sie gesoffen sind? Ja. Also Männer wollen immer irgendwas reinstecken und Frauen wollen immer irgendwas rausstecken. Nein. Das ist gar nicht wahr. Nein, wirklich nicht? Wenn sie richtig gesoffen sind, dann bitte. Wenn sie richtig gesoffen sind, wenn sie früh geht. Dann schlafen sie sowieso. Am nächsten Tag wollen sie nämlich immer verkehren. Verkehren, ja. Wo verkehren wir denn dann? Pumsen, so. Pumsen. Nicht nur beim Thema Nummer 1 herrscht Uneinigkeit, auch bei den Musikwünschen kommt es zum Disput. Damit dieser erst gar nicht eskaliert, übernimmt Kellnerin Terry das Kommando. Das Schönste der Musik ist, wenn es nicht gespielt wird. Ah, zum Beispiel. Ich spiele mal den Elvis für den Ärztin, dass er sich beruhigt. Nach was für Kriterien entscheidest du, welche Musik du sie nimmst? Nach dem Text. Der Wahnsinn gehört eine hinten. Nach dem Elvis. Dann geh doch, werden wir auch spielen. Endlich haben wir ein schönes Lied. Endlich. Ich sehe nur einen Tag 420 Mal. Da geht's dann schon. Dass es immer die gleichen Partien, die da her spielen kommen, oder so? Nein, wir sind eigentlich eine Stammpartie. Wir sind eine Stammpartie. Wir sind Intellektuelle. Wir spielen nur in unserem Kreis. Also wir spielen nur am Stamm. Bei uns ist es so, da musst du mindestens 40 Hauptstädte wissen. Wenn du nicht gescheitst, kommst du nicht in diesen Zirkel rein. Na, ist ja. Ja. Terri ist den rauen Wiener Umgangston gewöhnt. Vor allem an zwei Tagen im Monat hat sie alle Hände voll zu tun, die Gäste unter Kontrolle zu halten. Ja, rund um einen achten und rund um einen letzten. Da gibt's immer Geld. Die Pensionisten am letzten und die Arbeitslosen am achten. Die zwei Tage sind die stärksten. Und da kann es auch schon mal vorkommen, dass die Herren der Schöpfung ihre Hormone nicht ganz unter Kontrolle haben. Naja, wenn sie mal drüber sind, gibt's schon auch Stressdage auch. Oder Vollmond ist. Ein Vollmond, das ist immer arg. Da geht's auch rund, ja. Was war das schon mal? Ja. Bedroht. Ein bisschen Rafferei, ein bisschen raus. Aber meistens vor der Tür herinnen. Es muss das Könnerin gleich raus sein. 1683 verfügte Kaiser Leopold der Erste angesichts der drohenden Türken-Gefahr, Wirtshausschließungen und einen frommen Lebenswandel. Dies ließen sich die Wiener nicht lange gefallen. Hallo. Der war das Holzboden. Hallo. Ist nicht wahr wieder? Wo warst du so lang? Nicht sagen, du warst. Na, bei der Schöne doch nicht. Das ist ja nicht geschieht. Einen guten Sturm bitte, ja. Bitte sehr junger Mann. Wir kommen ja nicht wegen den Wirten rein, sondern wir kommen im Großen und Ganzen wegen die Gäste. Weil die Gäste sind ja sehr nett und freundlich. Der Wirt ist auch, aber im Großen und Ganzen brauchen wir den Wirt ja nicht. Der Wirt ist ja nur hier, dass er sagt, bitte setzt euch nicht oder geht's wieder. Aber für sonst ist er ja nicht zu gebrauchen. Weil in der Küche ist er unnötig. Er kocht ja nicht selber. Nicht feiern, nicht wieder nach. Und hat's geschmeckt? Wunderbar. Herrlich. Portion riesengroß. Aber zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis gigantisch. So ein gutes Beispiel krieg ich sonst nirgendwo. Rudi freut das Lob seiner Künste. Trotzdem wünscht er sich manchmal die Schank zu verlassen, um als Gärtner zu arbeiten. So, wo sich so ein Schmetter legen und man dumm fliegen tut und so, oder ein Luch und man dumm kreuen. Also das, das wird schon noch was. Das ist ein Schmerz. Halt den Pfeifen, der Arsch, wenn der Wirt da. Ja, das ist mein Schmerz. Da hast du den Schmerz. Der beste Tags-Friber. Der ist zwar ein Austrianer, aber er fühlt mich eigentlich ein Viert an der Rapittler. Sehr schwere Fuhr, sehr schwere Fuhr. Er sagt zwar sehr schwere Fuhr, aber das stimmt ja gar nicht. Ich bin eine leichte Fuhr. Ja, sichtbar, ja. Sonsten war sichtbar ja, oder? Schwere Fuhr. Anstrengend ist er manchmal, weil er Rapittler ist. Zwei Blomöe hat immer bei den Hanf hier, so ungefähr. Nur vom Sturm? Ja, man muss ein bissel Arbeit sein, ne? Weil, weißt du, wenn du Sturm kriegst du die Pfuzzeritis. Und das ist nicht gut, wenn du am weiten Weg lang musst. Und kein WC mit dir bringst. Ja, das stimmt. Das kennt sie, oder was? Wir kennen auch viel. Neben der Vernichtung von Alkohol bietet die Beiselkultur auch die Basis für soziales und zwischenmenschliches Engagement. Rudi unterstützt seit Jahren den benachbarten Sitz-Fußballverein und sponsert Dressen und Schuhe. Liegt dir das besonders am Herzen, so etwas zu machen? Das kommt auch dazu. Warum? Das ist schon länger her, aber das hat da nicht ungefähr dazu gepasst. Das ist schon länger her. Aber trotzdem. Sie sind brav, ist in Ordnung. Das hat er sich. Rudi hat eine soziale Hand. Ja, ja. Das stimmt. Es macht auch Spaß, das zu unterstützen. Das macht man. Ganz einfach. Da redet man nicht, man macht es. Seit jeher wurde das Kaffeehaus von vielen Literaten nicht nur als Ort des Austauschs, sondern auch direkt zum Schreiben genutzt. So trifft man auch heute noch auf kreative Köpfe, die dies zu schätzen wissen. Wenn ich etwas vorzubereiten habe, komme ich sehr oft in ein Kaffeehaus und auch in diesem. Damit ich sitzen kann und einen Kaffee trinken und möglicherweise einen Trüffeltorte essen, wenn es etwas gibt. Und vorbereiten. Weil die Welt geht an einem vorbei. Das ist etwas, was ich in meinem Heimatland gern hätte. Mein Heimatland ist Kanada. Dass wir auch solche Kaffeehauskultur hätten, haben wir leider nicht. Aber deswegen ist es schön, hier zu sein. Das höchste Gefühl ist eben der verlängerte für die Amerikaner. Wenig Kaffee mit viel Wasser ist das Vertrauens. Ansonsten tippen es um am Sessel. Immer das Glas Wasser dazu. Der Kaffee trocknet, also entzieht den Körper Wasser. Deswegen sollten wir immer ein Glas Wasser zum Kaffee dazugeben. Der ursprüngliche Sinn und Zweck des Wassers ist in Vergessenheit geraten. Früher, als der Kaffee adeligen vorbehalten war, wäre es unschicklich gewesen, den Löffel einfach abzulecken, oder auf die Untertasse zurückzulegen. Daher wurde ein Glas Leitungswasser mitserviert, in dem der Löffel abgelegt werden konnte. Die gängigsten Kaffees in Wien sind der kleine Espresso oder der kleine braune, kleine schwarze. Verlängert, Melange und der Kaffee lappelaber Gottes. Wie ist das, wenn die Deutschen sonst kommen? Die kennen es überhaupt nicht aus. Die wollen einen Kaffee. Wir sagen immer das Gschloder. Das ist alles bloß kein Kaffee. Das ist nur, wie soll ich es sagen, Wasser mit Kaffeepulver. Das nennen wir die Kaffee. In Wien-Favoriten ist Walter trotz seiner rauen Art ein geschätzter Stammkunde der Imbissstube Zellenker. Das hat er sich hart erarbeitet und genießt nun gewisse Privilegien. Schon heute muss ich mein Geld, zahle ich heute 200 Euro, zahle ich heute Zecker aufschreiben lassen. Und scheiß auf 200 Euro. Schon mehr versorgen. Früher werde ich gelinden, weil wir im Monat 1.500 Euro da lassen. Euro, Euro. Da hat seine Frau noch gelebt, die haben wir auch gegessen. Da ist er oft aber gesessen, von in der Früh bis zum Sperrschluss. Das habe ich aber jedes Monat da lassen. Und da hat er 80, 90 Jahre gehabt. Aber nicht nur er getrunken, sondern eigentlich. So muss ich mir auch wieder nicht herstellen. Es sind hauptsächlich Pensionisten und teilweise Arbeitslose der Arbeiter, die wirklich schwer arbeiten. Und wenn die müssen schon 10 Cent oder 20 Cent mehr zahlen für ein Bier, ist für die schon, ja. Nein danke, das will ich nicht. Und ich kann nur nach dem gehen. Ich kann das nicht so machen, sonst verkaufe ich es nicht, sonst bleibe ich auf meinem Bier sitzen. Und in der Menge verdienst du schon, dass du überleben kannst. Und reich wirst du nicht mehr mit so einem Logal wie früher. Meine Mutter habe ich eh einen Prozess, weil sie mich nicht studieren hat lassen. Was hättest du gerne studieren? Fotologie und Palmatik. Fotologie und Palmatik. Nein, Grafiker wäre ich gerne geworden. Und ich kann gut zeichnen am Meiner. Nur ist das Geld nicht da gewesen, leider. Ich bin ein Logscheiner. Ich bin ein Logscheiner. Ich bin ein Logscheiner. Ich bin ein Logscheiner. Ich bin ein guter Blödsinn. Du Vollkofer da erst. Ich bin ja keine tscheche Neidl, so wie du. Hast du Bilder daheim vor dir? Nein, so angefangen. Das war schon 10 Jahre bis ich es fertig gemacht. Jetzt hast du uns aber noch gar nicht erzählt. Früher, Bilder gemacht in Kaffee heißer. Früher, das ist sehr 20 Jahre. Ich mache mir meine Tochter, meine Frau. So habe ich alles gemacht. Wenn sie fünf Minuten da bist, bringen sie uns. Seid ihr noch da? Dann gehe ich auch heim. Da wirst du schauen. Das möchte ich jetzt auch sehen, Walter. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Auch in der Weinstube bekommt man zu späterer Stunde, also so gegen 13 Uhr, einen tieferen Einblick in die Wiener Seele. So gut, ich bin ja frauenfeindlich eingestellt. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn du zweimal verheiratet bist und die dritte Dame, die da wirklich ans Herz wuchs, stirbt. Was willst du dann denken? Naja, du lebst ja noch. Naja, aber... Aber ich habe keine Zeit zum Trauern, weil ich bin selber schuld. Ich muss ja mit dem Ableben rechnen. Manche Wunden schließen sich nie in der Trauer. Das dauert sehr lang und wenn man Lebensmenschen gehabt hat, dann schließt sich das sich. Und nicht so schnell. Und die Gattin ist auch hergekommen oder war die daheim? Ja, die ist gekehrt da hergekommen. Da bin ich reingekommen, da war der Willi noch da, der vorige Wirt. Da bin ich mit ihr reingegangen und sie bestellt einen vierfachen Mittagsa. Sie hat ja einen Hang vom Alkohol gehabt, das Bärli. Ich meine, das kennt ja alles Bärli. Ein Willi versteht... Kein Mensch bestellt einen vierfachen Mittagsa. Ein Willi versteht ein Tagsa. Da ruft er Tagsa. Da bin ich rausgegangen und habe mir ein 20er, ein Schülling, ein 20er gegeben. Ich habe gesagt, schön in Ordnung, Kollege. Vier Tagsa. Vierfachen Mittagsa. Das war ein Pitsch, wie die Bier-Dinto. Walter, der einen Hang zur bildenden Kunst hat, präsentiert stolz sein Werk, das er vor zehn Jahren begonnen hat. Das war ein Pitsch. Das ist die Vorlage, der Hauspartbett. Das war ein Pitsch. Das war ein Pitsch. Das war ein Pitsch. Ja, das war ein Pitsch. Das ist kein Pitsch. Das ist ein verborgenes Talent. Meine Mutter hat so ein wenig g'schissen. Die Hure. Alte Kostchen, das ist ja wahr. Am Stricht gegangen. Sechzehn Kinder, jedes Kind von einer anderen Vater. Und glaub, die Fürsäge zahlt dir das? Sicher nicht. Was haben sie gegeben? Vier Berufe, Bäcker, Maurer, Fleisch, und niemand. So ein Bett, die kannst du nicht zeichnen. Da hab ich für die Polizisten gezeichnet und die haben sie herausverkauft. Hab ich gekriegt, ein Kilo Kaffee für Bild oder Stangenzigretten. Hab ich einem ein Bild gemacht. Das ist eine Frau, die am Vögel legt. Darin hab ich Zeit gehabt. Er ist ein gutmütiger, wie soll man sagen, ein gutmütiger Typ. Mehr kann man nicht drüber sagen. In Rudis Beisel. Der pensionierte Tischler Laimi tritt den Heimweg an und trifft dabei auf besonders gern gesehene Gäste. Ich bin ein paar hübsche Damen. Ja, das ist was nicht. Das ist was rein. Was machst du? Ich bin ein paar hübsche Damen. Du schaust in die falsche Richtung. Das sind die hübschen Damen. Wo sind die auf da? Auf der Hecken sind sie gestanden und haben gesagt, wie geht's hier zum Narissumir. Und da hab ich einer gesagt, du brauchst nur da einige. Da seid's genau da. Vor allem Rudi pflegt hier einen eigenen Umgangston. Die Tante Miezi. Miezi-Tante. Tagsüber bin ich die Kneffrau. Wenn ich mittags komme, das Menü entweder konsumiere oder mitnehme, dann bin ich Kneffrau. Am Abend ist der Spiegel, der Pegel bisschen höher, dann bin ich schon mal die Miezi-Tante. Aber Sie kommen ursprünglich aus Deutschland, oder? Ja. Ich war mit einem Wiener verheiratet 35 Jahre. Ich kenne Wien und Wiener Gesellschaft sehr gut. Und ich kann das auch nuancieren. Aber der Rudi ist einmalig, den gibt es sonst nirgends. So was gibt's nicht. Er ist wirklich ein Unikat. Liebenswert im Vordergrund und manchmal halt ein bisschen anders. Man darf nicht zimperlich sein. Dann verkraftet man den Rudi gut. Dann mag man ihn sogar. Aber angehört darf man nicht sein. Sonst müsste man gehen und sagen, adios. Na, mein Mann war Arzt und wir waren sehr viel eingeladen. Wir waren gern gesehene Gäste auf allen Partys und Aktivitäten, Vernissagen etc. von Einladungen. Wie man halt als niedergelassener Arzt pusieriert wird in Wien. Wenn man Akademiker ist, ist das schon mal was. Vorher hatte ich ein anderes Leben, das war Wiener Gesellschaft und das ist mein zweites Leben. Nach dem Tod meines Mannes erlaube ich mir auch in andere Lokale zu gehen. Und viele meiner Freundinnen fritisieren mich, dass ich so einen Abstieg gemacht habe. Aber ich bin glücklich mit dem Abstieg. Tschüss. Tschüss. Servus. Danke. Tschüss. 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 Servus. Grüß dich. Ich macht immer eine Gesture, wenn es da reinkommt. Da schimpft einer über den anderen. Und das freut mich so. Es ist so richtig locker entspannt. Sagst du ja, wenn du rausgehst, sagt einer Gott sei Dank, dass du gehst. Ja, das ist das Leben. Das freut mich. Mahlzeit. Das ist ein Sturm. Der Pest. Täglich kämpft Karin ums finanzielle Überleben ihres Stübers. Sie hat es 1997 von ihrer Mutter geerbt, die an Lungenkrebs gestorben ist. Kontakt zu ihrem Vater hatte sie damals keinen und so übernahm sie das Lokal, mit dem viele ihrer Kindheitserinnerungen verbunden sind. Das war mein Leben, meine Mama. Mit ihr habe ich reden können. Meine Mama war für mich immer da. Ich muss auch sagen, ich war für sie immer da. Wenn sie einen Arzt besucht oder so gehabt hat, bin auch ich mit ihr immer gefahren. Also wir waren immer ein Herz und eine Seele. Komm, du gehörst zu mir heute. Komm, du gehörst heute zu mir. Wie sie meine Eltern scheiden haben lassen, ich habe mit meinem Papa 18 Jahre keinen Kontakt gehabt. Weil er ein junges Mädchen gehabt hat, für das sie entschieden hat, gegen mich. Was heißt der Junge? Wie alt? Ja, ich war damals 19. Ich war alt. Du? Wie war ich damals? Du hast dich scheiden lassen, ich war alt, Papa. Ja, ich war alt, war lieber. Damals, also nicht. Nach der 30, 40 war ich damals. Ich war 19 Jahre, das war nicht so gut. Ich habe dann nach 18 Jahren durch Zufall in der Shopping-City wiedergetroffen. Ich war damals Chauffeur, die letzte Kundschaft hatte beim HMWM und habe mir ein Bier gekauft. Und sie ist mir da drin, trinkt ein Bier, sie ist sie, mit ihr maun in mir. Ich habe sie nicht gekannt mehr. Und ich habe mich auch nicht. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Und ich habe gesagt, was schaut das auf mich. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben wir gesagt, gehst du mich nicht. Nein, ich bin halt der Ochte, ich bin deutlich von sechs, glaube ich. Haben wir so gewartet ein bisschen, was das Fragung stehen tut. Nein, willst du deinen Enkel? Wie war es? Du bist dein Enkel? Willst du das sein? Ich sage, ich möchte das schon. Du musst mitfahren. Ich hatte damals ein Firmenauto, das ist hinter mir nachgefahren. Ich bin daher gefahren. Jetzt habe ich meine Chance gesessen. Das ist mein Opa. Siehst du? Das Beisel hat die einst zerrüttete Familie wieder zusammengeführt und gemeinsam werden sie auch die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft meistern. Ihr kennt so, bloß auf Abba.